so starten wir die aufnahme jungens damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge hier fortnite duo mit kuro zusammen ja wo droppen wir sag schnell shifty würd ich sagen shifty bist du sicher alter da werden voll viele droppen das direkt unter muss dann sag du dann sag du dann bisschen abgelegener wir haben beide weihnachtsskins und da wir jetzt die letzte runde gewonnen haben müssen wir jetzt auf jeden fall die runde holen mit krone damit wir den emote holen können beziehungsweise damit ich es wollen kann weil kuro mal wieder alleine gezockt hat nicht wahr herr schuldigen entschuldigen sie bitte jetzt haben wir das harley sport und jetzt auch noch hier das weihnachtssquad jetzt haben wir harley bei harley skin harley quinn beide und hier dieses weihnachtsskin beide das geilste digger einfach zusammen die gleichen skin haben bei uns droppen leute ich kann mir erst mal schild bei mir habe ich einen hier ist noch einer ich hab den gehört musst du aufpassen ich hab jetzt voll okay ja hast du ja hier ist noch einer noch staunen soll ich kommen nice nee beide kannst du du es down aber der ist das kind ne der ist einfach auch verdiebt ich liebe weihnachtsskin zu sehen ja mann der ist echt cool und ich hab da auch noch diesen das ist ein bisschen süchtig geworden genauso wie Janna digger noch nen lebkuchen skin geholt digger haha diese aber die ist normal sondern diese andere das ist auch weiß aus nice ich hab level up nice ich bin auch digger fast level 30 nice krass ich war 620 ne level 18 war ich oh nice blauer sniper ey ey komm mal warte komm mal wir können die wenn du die so wirst können wir die zusammen auch ein äh nix 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 рий nix 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 bezweih nix 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 Oha, Level Up Nice Jump hit, nice Oh, Räufe kommen Ja Ein ist tot Gut, also wir müssen unbedingt gewinnen, ne? Ja man, wir müssen Wir müssen die Runde auf jeden Fall gewinnen Autos zu auffällig, Digga, oder? Ja, ja, wir müssen Ja, wobei, wir sind in der Zone, ist egal, ist gut Ah Brauchen wir gar nicht Wir können hier ein bisschen Holz abbauen Ja Wir müssen so faktisch spielen, wie gestern Wir haben uns ja eben ein bisschen aufgewärmt Ja Extra bisschen aufgewärmt vorher Damit wir auf jeden Fall einen Win holen können Weil wir beide Krone haben Und wenn man mit Krone gewinnt, kriegt man einen geilen Emote Ja, ich hab keine Krone Kann's ja mal kurz zeigen Hast du hier, warte Spannend für die Schüsse Kannst du zu mir kommen Und genau diesen Emote Krieg man Eben nachdem viele Kürre wünscht man hintereinander macht's und so viel steht auf die Zahl dann halt Ja, ich hab zum Beispiel neunmal hintereinander gewonnen Man braucht erstmal die Krone Das heißt, man hat am Ende dann acht Stück stehen Wenn man zweimal gewinnt, dann hat man eine da stehen Oh Minis Let's go Oh, der Maustiger, der ist so wichtig Achso und ich hab was wichtiges gelernt heute von Kuro Das ich auf jeden Fall schneller bauen kann ab jetzt Weil ich den mal vorher bestätigen musste und ich wusste das nicht Und schneller editieren, oder? Ja Aber editieren muss ich noch bisschen lernen Also bauen geht fix aber editieren kann ich noch überhaupt nicht Ich denk auch gar nicht dran irgendwie Ja Ja, das ist schon wichtig eigentlich wenn man Baufighter ist zum Beispiel Wir sind einfach so süchtig ne? Du hast auch noch deine Hacke geholt da Ja man Den übermächtigen Hammer Ja Da hätten wir vor einem halben Jahr gesagt dass wir beide Fortnite spielen Hätte uns keiner geglaubt Ja Wir hätten nur das gegenseitig ausgelacht Ja Aber jetzt tig Ja, ja Ich glaube jetzt sind auch nicht mehr so viele Scrapper hier wie früher Wobei viele haben jetzt das Spiel verlassen Echt? Ja, ja klar Ja Achso ja Weil sich ja in der Season vieles verändert hat Aber ich hab das gar nicht mitbekommen so Ich auch nicht Weil ich in der Season angefangen hab Ja Ich hätte ja auch ein Jahr Pause angefangen gehabt Und Ja Dann hat er erst vor paar Wochen angefangen Ja oder Hast du gebaut? Ja, ja ich hab editiert Hier ist noch einer über dir Warte bleib mal da Ein Spieler oder was? Gönn wir Nein Ich hab die Kiste für dich kaputt gemacht Achso Wir legen Sachen Oh Schüsse Links von uns Schüsse Schüsse Nicht pushen, ne? Ne, ne Erstmal dicken die Schau mir trotzdem was alles hier an Boah, ich hab jetzt tausend Holz Wir können erstmal gut bauen Oh ja Die Feiten im Wasser Wir können theoretisch pushen Ich komme Ich Schau mir das erstmal an Warte Hit Noch ein Hit Down Wo? Headshot Down Nice Alter Ey, ich muss den Ich hab jetzt Boah, Digga Uff Ich würd sagen, lass mal da hin Loot nehmen Oh, der hat einen Legendary Acker Den mischt ich gerne mit Glaub ich auch mal was Gutes Aber sonst haben sie glaub ich mal Das sind Ich bau noch ein bisschen Holz ab Ich hab 850 Naja, jetzt bin ich auch Holz maxed Langsam in die Zone gehen Ja Kann man machen Ich komme zu dir Jo, ich komme auch ein bisschen dagegen So Lass doch mal hier diesen Fluss hier runter nehmen Ah, ja Warte, hier geht ja direkt in die Zone rein Okay, es geht noch 28 Meter Oh, hier ist die Brücke Wo wir Lol, genau hier Haben wir letzte Runde gewonnen Echt? Kann sich noch dran erinnern Und die rote Brücke Hm, das war der Berg hier Ja Ja Nicht der Berg, sondern hier der Berg Da hier Apropos Berg, wir müssen aufpassen, dass wir nicht gesnappt werden Ja Ja Das ist gefährlich Okay, noch 24 Gegner Oh Epic Tschüss Nice Please 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 Gibt Was Gutes Ja Oh, ja Digga Epic Epic Sehr gut, sehr gut Ich gönn mir mal ein Biggie Mach das Mach das Ich schau nach Gegnern Dankeschön Für die 10 Schilder kann man trotzdem machen Weil 10 Schild ist besser als gar nichts Ja Ich würde sagen, lassen wir so am Rand der Zone immer laufen Nicht direkt reingehen Natürlich ist hier schon sehr offen, ne? Ja Kann man uns halt easy snipen, eigentlich Nicht schießen Ich hab grad ge... Digga, ich hab grad gedacht, das ist ein Gegner Ich hatte gerade das Gefühl, dass die Tür zugegangen ist, pass auf Ne, ne, das wäre ja geloogt worden Tchööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö geschossen alles was die mal die werden wirften lassen wirft ob wir müssen echt taktisch egal immer schön jumpen sonst lassen wir auf dem berg stellen ein bisschen naja wir müssen ja gleich schauen wo die zone hingeht also ich denke loot kann man sich nicht beschweren ne legendary epic pump blue mp green sniper naja hier sind bestimmt Leute oder also Leute gelandet safe oh biggie oh sniper okay jetzt ist der loot wirklich eigentlich perfekt oh ein geschenk hä hä ich hab ein legendäres geschenk bekommen aber da war nichts drin ok ja einfach gescampt diga nicht schießen nicht schießen ja spiderman handschuh links über uns ja ich höre der geht auf den berg glaube ich schluss rechts von uns ganz weit entfernt ich nehme mal hier kurz die kiste jetzt leben noch elf andere gegner hm 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 der ist bestimmt aufm berg gegangen oder hm 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 Lass mal hier gucken. Wir brauchen am besten eine High-Position. Okay, Loot-Shop. Ist da. Spider-Man-Hum-Shop hab ich gehört. Ich auch. Der wird zum Loot-Drop gehen wahrscheinlich. Kann man denn von hier snipen? Nee, von hier sehe ich den nicht. Ich baue mal hier eine Treppe, damit sie von der Seite nicht abgeschossen werden können. Ja, am Loot-Drop sind zwei Leute. Einer hier und einer da. Die fighten sich, oder? Nee, die spielen zusammen, das ist ein Team. Sollen wir die kommen lassen und dann schießen? Ja, erst mal kommen lassen. Oder kommen die überhaupt zu uns? Nee, die gehen weg. Egal, scheiß auf die. Einfach safe. Einfach safe spielen. Wir haben hier ein bisschen gechillt, wir sind in der Zone. Wir haben keinen Stress, keinen Zeitdruck. Warte, soll ich die ein Dings bauen? Kann das so bauen? Hm? Guck mal. Ist gut? Ich würde aber so langsam, würde ich Eisen benutzen, nicht Holz. Holz geht schnell kaputt. Ja, ich habe ja nicht so viel Eisen. Nur 300. Weißt du? Und das brauche ich ja für Baufight oder so. Zum Einbauen halt, will ich nicht verschwenden, oder so. Oh, die laufen gerade von der Zone weg. Oh, wir sind perfekt in der Mitte der Zone. Wollen wir uns hier einbauen? Boah, ja. Lass mal die Tür kaputt machen und dann daraus Eisen machen. Guck mal, was ich hier mache. Oder so. 2500 Leben. Du brauchst gar nicht abbauen. So. Da ist das Fenster, das bleibt offen. Ja, hinter dir ist auch eine Tür. Da, hinter der Treppe. Ja. Toll. Da oben einer, dann wäre perfekt. Perfekt. Ja. Und so mehr kann ich jetzt nicht machen. Ich habe keine mehr. Ich habe auch ein Jump-Set. Von hier kann ich snipen in der Faltung, Leute. Ich kann es nicht markieren. Da. Ja. Boah, perfekte Headshot-Pussy. Soll ich schießen? Boah. Ich treffe den von hier nicht. Ja, du triffst die Wand, die geht gleich kaputt. Oh, warte jetzt. Warte. Noch nicht, noch nicht. Alle 2. Gleichzeitig, wenn er peegt. 3-2-1. Nein, nein nein. Der schießt gerade gegen den. Wenn der raus peekt. Oh, da sind es 2 sogar. theoretisch gesehen könnten wir die runterschießen ne ne nicht runter das bringt es nicht wir müssen werden schon down bekommen oder sieht uns hat er uns gesehen der hat uns nicht gesehen nicht schießen noch nicht schießen digga jetzt hat er uns gesehen glaube ich down headshot down net schießen 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 runterschießen ok jetzt kommen wir chillen jetzt kommen wir chillen jetzt kommen wir chillen halt digga so perfekt einfach headshot sniped digga da ist noch einer der hat jump head benutzt pass auf die kommt zu uns die kommt zu uns pass auf nicht die wollen von oben wollen wir raus pushen die kommt zu beiden seiten jetzt die schießen die fighten gerade was die fighten die checken gar nicht dass wir sind lass die einfach fighten digga ok einer ist schon down ich habe drei medikits und zwei splashes sonst können wir auch hier die zone aussetzen ne das muss ich nicht mit dem brenner müssen wir die kill weil die haben safe noch mehr ich glaube nicht digga ok jetzt ist noch ein duo da wir müssen jetzt eigentlich fighten weil jetzt ist noch ein duo da und sind wir hier in der trap weißt du ja oder wir warten ab ich glaube nicht dass die mehr heilung haben als wir ich lege dir nimm du das medkitt und du medkitt sind wir noch in der zone nicht mehr ganz digga ich glaube wenn wir hier in der ecke stehen schon könnte knapp werden digga wollen wir riskieren dass wir hier sind lass riskieren glaube ich wir haben halt versucht jetzt eine high position zu bekommen ne ich glaube ich wenn die schlau sind ich weiß nicht ob wir in der zone sind wir müssen wenn wir nicht in der zone sind müssen wir raus ne ja das sind direkt nach vorne bauen um das einbauen ja wenn wir nicht in der zone sind aber nur eine nur eine weiter ja schaut es geht gar nicht weil da schon was geplaced oh der ist direkt hier oh fuck die geschossen ja ich wollte zurück editieren weißt du ich glaube ich glaube wir sind nicht in der zone oder das wird echt knapp wenn du hier direkt davor stehst wird es echt knapp ich editiere schon mal so dass wir raus gehen dann macht dich bereit dass wir direkt schießen denn weil wir können nach vorne nicht bauen ja ja er kommt einmal getroffen wir sind in der zone wir sind in der zone wir sind in der zone ich habe mich eingespossen ich habe mich eingespossen Nein, der ist von low bei mir, white. Oh, fuck. Der ist bei mir, white, alter. Der Typ. Ich bin low. 25er Headshot, digga. Der Typ bei mir war One-Hit, alter. Holy shit. Aber wir hätten nicht campen sollen, digga. Nee, wir hätten das aussitzen sollen. Aber die Zone war... Ja, ist egal. Wir hatten... Dings. Wir hätten einfach wieder zubauen sollen. Zusammen. Aber es ging halt nicht, weil da vorstellt. Egal. Egal. Neue Runde. Uhh... Uhhh...